Die Rune wird sofort ausgeführt. Zu Befehl. Wird sofort ausgeführt. Unverzüglich. Für die Rune. Auf dem Weg. Unverzüglich. Auf meinen Befehl. Schnell. Zu Oldies. Auf mein Kommando. Und los. Auf mein Kommando. Sie sind überall. Kämpft Männer. Haltet durch Männer. Schlagt sie zurück. Schließt die Reihen. Ja, ewige Wächterböse. Ich hatte wirklich versucht, nach hier oben zu gehen. Ich glaube, die Medusen patrouillieren nur hier unten herum. Kann auch gut möglich sein. Ja, und die Bria-Wächter sind ja gar nicht verdächtig, die der Wächter dabei hat. Also ja, warten, bis die hier weg ist und dann hier hoch. Die Rune ruft. Das Gebiet ist toll, oder? Hier. Sofort. Schnell. Mir nach. Vorwärts. Ja, die sollte ich nicht sehen, wenn ich hier hochgehe. Folgt mir. Feindlicher Angriff! Vorwärts! Zum Angriff! Schlagt sie zurück! Verstärkt die Deckung! Schlagt sie zurück! Bereit! Und los! Vorwärts! Folgt sie zurück! Folgt mir! Schnell! In die Schlacht! Halte durch, Männer! Feindlicher Angriff! Ja, und hier ist wieder eine ganze kleine Armee unterwegs. Schlagt sie zurück! Erstmal den niederen Dämonen wegmachen. Schließt die ein! Halte durch, Männer! Der fährt nämlich schneller als der Basilisk. Verstärkt die Deckung! Hier, sofort! Sofort! Ah ja, das ist die von da hinten. Und das wäre dann der Weg hoch zu, was die wir nehmen müssen, glaube ich. Mir nach! Na, die hat wohl irgendwie keine Lust auf mich. Runenkrieger, zu mir! Okay. Also ja, da waren wir schon. Hier müssen wir lang und hier hoch müssen wir. Auf mein Kommando! Auf mein Zeichen! Sofort! Zum Angriff! Sehe bereit! Sieh zurück! Oh, das wird unschön. Sie sind überall! Schließt die Reihen! Verstärkt die Deckung! Schlagt sie zurück! Feindlicher Angriff! Salve ist nett. Verstärkt die Deckung! Verstärkt die Deckung! Stehbereit wird sofort ausgeführt. Hier! Mir nach! Jetzt ist immer noch der eine einzelne Basilisk hier unterwegs. Und da eine einzelne Feuerspuckerin. Bereit! Und los! Nicht, dass die uns jetzt sieht? Hier! Wird sofort ausgeführt. Zu Befehl! Und verzüglich! Alles klar! Wird sofort ausgeführt! Wird sofort ausgeführt! Auf dem Weg! Verstanden! Verstanden! So, die Kiste hab ich schon mal. Kann wahrscheinlich nicht so weit runter schießen, oder? Doch, kann ich theoretisch. Vielleicht kann ich dadurch das viel genug anpissen. Wir werden angegriffen! Zu Befehl! Unverzüglich! Ja. Zu Befehl! Unverzüglich! Feindlicher Angriff! Auf dem Weg! Auf meinen Befehl! Bereit! Bereit! Und los! Mir nach! So. Hier oben gibt's allerdings keine Kisten mehr, die ich plündern könnte. Hier auch nicht. Es war eigentlich nur die Kiste da. Sofort! 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 So, wenn sich die verpisst hat, dann kann ich mich zu meinem Moment zurückziehen. Sofort! Mir nach! Und los! Vorwärts! Die Ruhe wird sofort ausgeführt! Steh bereit! Auf dem Weg! Ist die Frage. Kann ich dich anpissen, ohne die Medusa anzupissen? Jetzt sollte ich dich anpissen können, ohne die Medusa anzupissen. Die Ruhe ruft! Auf dem Weg! Ja, jetzt patrouillieren da nur noch die drei Medusa rum. Hier! Zum Angriff! Die Ruhe wird sofort ausgeführt! Nehmen wir noch ein Stück zurück. Reicht sie an! Feindlicher Angriff! Auf mein Zeichen! Auf mein Zeichen! Schlagt sie zurück! Und los! Vorwärts! Folgt mir! So. Sofort! Hier gibt's auch auf jeden Fall noch einen Weg hoch. Ist nur die Frage, ob da eine Medusa unterwegs ist oder nicht. Vorwärts! Weil abgesehen vom Gottwahl-Portal gibt's noch zwei Portale hier. Auf meinen Befehl! Vorwärts! Blutstein, hm? Bereit! Und los! Oh. Das ist er... Halte ihn! Wir müssen halten! Vorwärts! Halte durch, Männer! Zu euren Diensten! Hier! Sofort! Sie sind überall! Bereit! Und los! Folgt mir! Das beantwortet schon mal die Frage mit der Medusa. Feindlicher Angriff! Hier! Sofort! Nebenbei! Die Nähe! Ich bin bei der Stärke! Und ja, die können wir mal rausschmeißen. Und die können wir auch rausschmeißen. Eine Aura der Stärke haben wir... Hey, hätten wir sogar einen Fünfer. Durchhalten, aha. Äh, Abbruch. Speichern möchte ich. Auf mein Kommando. Wir konnten aber schon mal wenigstens aufdecken, was es hier so gibt. Mir nach. Okay, die Medusa ist da oberwärts. Zum Angriff. Schlag sie zurück. Hier ist die Reihen. Sie sind überall. Kriegen wir wenigstens noch die beiden Dämonen tot. Sie sind überall. Okay, jetzt geht sie in die Richtung. Zur Ehre Aonius. Feindlicher Angriff. Stehe bereit. Wird sofort ausgeführt. Zu Befehl. Auf mein Kommando. Und los. Okay. Dann würde ich jetzt sagen, nutzen wir den Moment, um zu speichern und Katze machen. Ich brauche eben ein bisschen Pause von Mulan, dir. Also sehen wir uns gleich wieder. schon. Also sehen wir uns gleich.